Hallo Freunde! Heute soll es um die letzte Media Marktbox gehen aus der Gegend von Lehmberg. Ich habe sie für 129,99 Euro gekauft und diesmal ist es eine größere Box. Ich habe die Hoffnung, dass es weiterhin keine Hüllen drin sind. Boah, die lassen uns überraschen. Das geht weiter noch so ablauflos, dass ich versuche nicht rein zu gucken. Direkt als erstes eine Asterix und Obolix Tasse. Was anscheinend nur Obolix ist. Und noch eine Tasse. Ich glaube die Medium-Hakte in der Nähe von Lehmberg verkaufen nur Tassen. Ein HDMI-Kabel. Und noch eine Tasse. Ich habe langsam wirklich das Gefühl in der Mote Tasse. Nein! Nein! Neine Schutze! Fürs Galaxy A7. Ich will doch keinen. Und es geht weiter. USB-Ladegerät. Noch ein USB-Ladegerät. USB-Typ C. Collection-Kabel. Und wir machen weiter mit den Teilen. Und noch so eins. Yippie! Und noch eine Tasse. Ich glaube Kaffeetasse habe ich bald genug. Oh! Was scheint das? Eine Überwachungskamera. So. Diesmal haben die mir was gegönnt anscheinend. Wobei ich die Hüllen nicht brauche. Und wir machen weiter mit den Hüllen. Noch eine. Ja. Ich glaube, der ganze Wert liegt in der Überwachungskamera. Alles andere, habe ich das Gefühl, ist fast wertlos. Lassen wir uns überraschen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.